Hallöchen allerseits und willkommen hier in Tiefs der Nacht, 1.40 Uhr, um genau zu sein, im Spiel. Zurück zu einer neuen Dullzeit mit The Witcher 3 Wild Hunt. Und trotz allem sehen wir in der Ferne mal wieder das Schloss Buclair. Wie eigentlich von jedem interessanten Ort aus, was ich irgendwie mehr und mehr faszinierend finde. Was für ein Blickfang aus allen Lagen das eigentlich ist. Aber wir haben den Speichel vom Wicht, beziehungsweise die Suppe vom Wicht. Aber es ist ja irgendwie so ein und das gleiche mehr oder weniger. Und können uns damit auf dem Rückweg zu Regis machen. Habe ich mir sagen lassen. Aber erstmal töten wir hier noch so ein kleines Sparges-Pviech. Genau. Und dann bin ich ja schon fast gespannt, was Regis zu unserer neuen Beute sagen wird. Gut, in die Richtung sehe ich jetzt nichts weiter. Das ist ganz angenehm. Wir haben jetzt auch wirklich mehr als genug Viecher sich hier auf dem Friedhof ermordet. Das heißt ermordet. Zumindest niedergestreckt. Mehr als ich ursprünglich wollte. Aber hey. Was man hat, das hat man. Und wir haben jetzt zumindest Stufe 46 erreicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir hier mal auf Regis Herz allerliebsten Friedhof zurückkehren. Ja, das wird glaube ich noch ein Spaß für die ganze Hexer-Familie. Aber solange ihr Spaß daran habt, werde ich gerne von Friedhof zu Friedhof ziehen für euch. Das mache ich doch von Herzen gerne. Und wenn wir hier schon so ein Level-Up haben, können wir ja mal kurz gucken. Charakter. Drei Pünktchen haben wir hier. Das bedeutet, wir können irgendwie was Neues investieren für... Oder auch nicht. Jeder tödliche Hieb mit einem schwer zerstückelten Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht den Angriffskraft um 5% auf maximal 250%. Bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest. Außer durch Toxität. Klingt gut. Ist auch so. Aber vorher müssen wir offenbar noch hier Wormers denn. Ne, unter Alchemie müsse das sein. Da. Das schließen wir, das schließen wir, das schließen wir, das schließen. Uckfest. Hm? Wofür brauchen wir denn das? Whatsoever. Öle. Ne, 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 ne. Alchemistische Substanzen klingt irgendwie cooler. Äh, da haben wir dies. Wir können auch hier umwandeln, irgendwie, ne. Da, rotes Mutagen. Na, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, komm, machen wir mal das. Das ist ne Idee. Wir stellen jetzt ein paar rote Mutagene her. Können wir hier auch gleich mehrere machen oder oftmal nicht? Denn eben nicht. So, wo haben wir denn? Rotes Mutagen. Ja, stellen wir noch eins her. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und wisst ihr was? Noch eins. Und dann gehen wir noch mal ein höher und sagen, hey. Noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Och, wird das langweilig? Nein, wird es nicht. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. So, großes, rotes Mutagen. Gehen. Das brauchen wir jetzt für den Sheet hier. Zack, sieben Stück haben wir. Mehr als genug. Und Böms. So, wie viel brauchen wir denn? Warte mal, was steht hier? Nee. Das steht hier. Anzahl erforderlicher Mutationen, um die nächste Stufe zu erreichen. Vier. Das bedeutet, eine einzige noch. Dafür brauchen wir zwei Fähigkeitsstufen, glaube ich. Und genau. Dann können wir den nächsten Platz freischalten. Und dann können wir hier sagen, hey Leute, noch ein Blutbad hier oder so. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang. Für jeden Gegner nach dem ersten um 30%. Leck mich am Arsch. Wenn die Vitalität 0 erreicht, wirst du vorübergehend unverwundbar und regenerierst 100% Vitalität. Bam. Der Effekt ist nur einmal alle 180 Sekunden verfügbar. Aber wenn ich den innerhalb von 180 Sekunden mehrfach bräuchte, dann wäre ich gar nicht mal so gut. Wobei mich die eine Quest ja echt schon überraschend hart gefordert hat. Aber gut, gehen wir mal zu Regis und gucken, was der hier so für ein Regis Interesse an uns hat. Gell? Gell. Hä? Wie auch immer. Da ist irgendwas hier geknirscht. Keine Ahnung was genau. Aber mir auch egal. Wir gucken einfach mal, dass wir hier unseren alten Freund finden. Und nehmen nebenbei ein bisschen Pilz mit. Warum nicht? Kann man doch immer mal gebrauchen. Äh, wo ist denn der Knabe? Der Knabe ist hier. Yes. Reges alte Socke. Komm her, du. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Hm, du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Gerald. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Ein sehr, sehr kluger Rabe auf jeden Fall. Deswegen sage ich nützliche Kreaturen zu Raben. Genau. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind zu praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Auch bei mir doch nicht. Aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Alter Falter, wenn Regis schon sowas sagt, der eigentlich ein höherer Vampir ist und sich durchaus auskennt, dann nehme ich das Verfluch nochmal ernst, wenn der das sagt. Wieso gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Ja, gute Frage, Geralt. Das nehmen wir doch mal gerne an. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Teshamutna, ein altes Vampir-Anwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Ja, das klingt doch eigentlich ganz annehmbar, oder? Teshamutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakmar, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben? Aber es war nervtötend. Verzeiht den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, konnten dir ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakmar gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamudna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakmar wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten würde, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Ja, das klingt doch mal grundsympathisch. Vor allem, dass er Menschen zum gleichen bisschen mit Moskitos vergleicht. Also, hau rein. Keine Zeit zu verlieren. Teshamudna, bring mich dorthin. Moment noch, eine letzte Sache. Na komm, was ist es? Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Galone. Wow. Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Grundsympathisch. Aber nur so ein kleines bisschen. So ein klitzekleines bisschen macht mir der Regis Angst. Aber ich glaube, das gehört so. Einige Zeit später. In Teshamudna. Weihnachten natürlich, weil das ein bisschen epischer wirkt, wenn das Ganze mit einem Vampir bei Nacht geschieht. Man kennt es ja, gell? Ach, eine schöne Kamerafahrt. Da unterscheidet sich halt The Witcher von vielen anderen Westrollenspielen. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Joa. Ach komm, haken wir doch mal nach. Wenn wir schon sowas zur Auswahl haben, dann nutzen wir das natürlich. Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Ach, ich finde den Regis schon seit der Bücher richtig sympathisch. Also, lesen, lesen, lesen. Aber jetzt gehen wir mal voraus. Beziehungsweise Regis geht voraus. Geh voran. Und ich folge ihm einfach mal auffällig, wie es ein Hexe nur kann. Und analysiere irgendein Leiche offenbar. Ach, Regis, du bist mir heute richtig sympathisch. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen. Aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann. Und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Der klingt auch so wie so ein trockener Alkoholiker, der gerade zurück in alte Sitten verfallen ist, der Regis. So ein kleines bisschen zu ihm ist. Was zum Teufel. Nur alter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Das ist mal geil. Oh, das klingt nach einer schönen Sache hier. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort, den wir sahen. Der klingt so ein bisschen angesäuselt so langsam. Oh. Ich bin der Diener des Stammes. Erhaben über die Menschen. Künde ich von ihren Schwächen. Erhoben über sie. Bin ich der Hüter der Herde. Voll der Stärke. Richte ich das Schwert gegen die Feinde des Stammes. Ich bin der Herr. Und Knecht zugleich. Ich bin der ausgeübte Willen des Stammes. Ich akzeptiere dieses Schwert und diese Rüstung. Auf das ich dem Stamm dienen kann. Klingt sympathisch. Ui. Tescha Mutnerstahl. Schwert Rüstung und Hose. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Leck mich am Arsch. Menschenhaltung und Pflege. Menschenhaltung und Pflege. Sorry. Aber das muss ich wirklich lesen. Okay. Bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sicherstellen, auf der anderen Seite aber das zum Überleben nötige Minimum nicht zu sehr übertreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen oder nennen wir es Schleue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Für die Haltung heißt dies, dass Menschen immer versuchen, mehr aus dem zu machen, was man ihnen gibt. Aus diesem Grunde sei empfohlen, jedem von ihnen einen eigenen Schlafplatz, zwei Mahlzeiten am Tag und ununterbrochenen Zugang zu Trinkwasser bereitzustellen. Diese Bedingungen, die vielleicht manchen übermäßig großzügig erscheinen, sorgen für eine optimale Produktion hochwertigen Hämoglobins. Nähere Informationen zur Ernährung folgen in späteren Kapiteln. Ebenfalls entscheidend ist der ständige Zugang zu Atemluft, ohne die Menschen innerhalb weniger Minuten sterben. Das soll passieren. Es ist nicht notwendig, sich Gedanken darüber zu machen, ob die gezüchteten Menschen die oben genannten Dinge vervielfachen. Wenn man ihnen ein Existenzminimum bietet und Männchen und Weibchen miteinander mischt, werden sie sich zwangsläufig fortpflanzen, auch in Gefangenschaft. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man solle Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für eine höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteil im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung weitaus schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Interessant. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig sicher, aber wissenschaftlich sauber bearbeitet. Ja, das würde ich einfach mal so unterstreichen. Aber apropos unterstreichen, ich unterstreiche diese Folge einfach mal mit einem Ende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht diesen Teil der Mainquest abschließen. Ich weiß es auch nicht so ganz. Ich hoffe es hat euch gefallen, auch der kleine Vorlesetext gerade eben und wir sehen uns demnächst dann wieder. Ciao, ciao.